Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Silden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Verschützt sie! Das wird wagen! Sie sind ein Befehl zu ihrer Seite! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärathenemien zugebracht haben, nur um zu lachen, wie man Messer und Krabbel hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktionen nur behigert! Es hat mich gegen nur als Wettkrieg... Widerstand! Ich hab weggelegt! Es hat der Kult herangetan! vom Jahrelang alle ihre Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch hab ich allein, allein aus Misten stellt, ganzer Rapper erobert! Verräter, von allen einfachen Ahnung bin ich zu verraten und betragen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat gelübter deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Alle Befehle sind in den Wind gesprochen! Aber es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb Berlin verlasse, öffnen Sie sich, der Volk ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!